Hey Leute und Willkommen zurück zu Persona 3. So, wir werden Vollmond... Wir haben uns durch Vollmond. Äh, ja. Achso, nein, nein. Schlauer kann ich nicht werden, dann können wir einfach kommen. Guten Morgen, ich habe vor, mein Bestes zu geben, um alle zu beschützen. Verstanden. Oh. Das war mein Überblick über die korrekte Art, seine Uniform zu tragen. Bitte bedenkt diese Dinge. Ich will niemanden zwingen, seinen Kleidungsstil zu ändern, sondern eure Meinung hören. Du bekommst mehrere Bemerkungen mit. Hey, hat Hitoshis gerade gesagt, er will unsere Meinung hören? Naja, es hat ihn noch nie gekümmert, was wir denken. Naja, man, gibt das nicht Mühe. Das Treffen ist vorbei, nur du und Hitoshis sind da. Danke mal, Kurte, das habe ich ohne dich nicht geschafft. Ähm, wie habe ich mich geschlagen? Nicht übel. Wenn du das sagst. Jedenfalls ist mir eine große Last von den Schultern gefallen. Die Leute dachten vielleicht, ich wäre egoistisch, aber ich gewinne ihr Vertrauen zurück. Schau, schau dir das an. Hitoshis zieht ein Feuerzeug aus der Tasche. Der Zigarettenstummel auf der Toilette. Einer der Jungs hat es zugegeben. Und weißt du was noch? Und weißt du was noch? Er hat mir versprochen, dass er nie wieder raucht. Das Feuerzeug ist der Beweis dafür. Er vertraut mir, weil ich mich um andere kümmere, wie du es mir gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Danke. Billiges Feuerzeug. Ich habe auf Leute herabgesehen. Aber du hast mir etwas Wichtiges beigebracht. Ich werde dir aber trotzdem nie das Wachs erreichen können. Ich wünsche es, dass ich dich respektiere. Beziehungsweise stärker. Du bist ich und ich bin du. Du bist an eine echte Bindung eingegangen. Die Macht des Arkaners Herrscher wurde entfestet. Die verleihen die eine Macht zur Erschaffung von Odin. Die ultimativen Form des Arkaners Herrscher. Erinnert sich noch an die Geschichte von der TV-Moderatorin? Der Mann, der im Gefängnis landete, war mein Vater. Ich weiß nicht, dass Aufrichtigkeit wichtig ist und bin stolz, die Wahrheit wieder schon erkannt zu haben. Und ich habe erkannt, was für ein toller Mann mein Vater ist. Zeit nach Hause zu gehen. Willst du irgendwo hingehen? Wir haben uns eigentlich noch nie außerhalb der Schule getroffen. Und leider sieht die Toschi. Er scheint sich wirklich zu freuen. Hi, how was your day? Heute ist Vollmond. Doch wir haben keinen Einsatz. Trotzdem könnte ich Shunoru von Nutzer Sicherheit. Hast du eigentlich Aegis gesehen? In letzter Zeit kommt Aegis erst später nach Hause. Nicht so wie früher. Was wohl passiert ist? Wir haben keinen Einsatz. Und die Dargar beginnt trotzdem. Währenddessen auf der Mondscheinbrücke. Während der Dargar blickt, eine Gestalt auf der Brücke zum Mond empor. Eine weitere Person nähert sich. Was machst du hier? Oh, was? So, so. Ja, stimmt. Stimmt, die woher ich schlafen lande in der Welt. Oder in der Stunde. Äh. Hast du vergessen? Was vergessen? Die Dark Hour. Ein Zeitpunkt, in der wenige Menschen sind aktiv. Aber du... Du hast irgendwie adaptiert. Zu gut für ein Mensch, in fact. Ja. Es ist so klar. Jetzt, ich verstehe das Grund, das Gefühl, ich fühle mich an, wenn du hierher bist. Du bist nicht gut. Du bist... mein Enem. Du bist Enem? Enem? Das ist richtig. Auf einer Nacht wie heute Abend, der Mond war voll. Es war lange vor. Ja, wir treffen uns mal, als Adversaries. Wer bin ich? Wer bist du? Ich bin Aigis, die letzte Wettbewerb Antishadow-Emergency-Control-Weapon. Eine Maschine, kreiert für Schäden. Kreiert für Schäden? Und du? Dein Name ist Death. Du bist der Schäden, die ich 10 Jahre alt habe. Ja, das ist 10 Jahre ago, die Nacht, wenn ich in dieser Welt bin. Ich bin auf diesem sehr Brich. Der Hauptsame meine Erwachsen ist, um Schäden zu verbrüren. Es ist für diese Grund, dass ich eine Persona gegeben habe. Ich bin der 13. Arcana. Ich war niemals zu sein. Jeder meint mich Death. Aber als ich geboren habe, eine Teil meiner Macht wurde verletzt und wurde strewn ab. Als Ergebnis, ich war nicht komplett. Insofern bist du viel stärker als ich erwähnt habe. Als ich dich nicht verletzt habe, meine einzige Möglichkeit war, dich zu entfernen. Unter den Regeln, es gab nur ein besonderes Vessel. Ein Mensch, der nahe zu sein. Ich hatte keine andere Wahl. Ich sehe. Ich war in ihm all diese Zeit. Und ich verletze ihn in meine zwölf Schatten verletzten. Und dann... Ich sehe. Ich verstehe jetzt. Ich erinnere alles. Wer und was ich bin. Deswegen ist er erschienen. Also weil wir die zwölf Schatten besiegen haben, die sich alle vereint. Und es sind jetzt ein Ryochi? Habe ich das richtig verstanden? Das ist ein Ryochi ja wirklich böse. Die Maschine ist kreiert für einen Grund. Mein ist, dich zu verletzen. Das ist der Grund meiner Existenz. Es muss nicht so sein, Aigis. Palladian! Ohne einen Finger zu heben war auf Ryochi Aigis zurück. Der heftige Aufbau auf dem Boden hat Aigis Rahmen schwer beschädigt. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Diese Mission ist unmöglich. Eine Maschine, die nicht zu erfüllen ist. Seine Wurde hat keinen Wert. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt, alle. Ich bin Angst. Währenddessen der Kommandons zentral im Wohnheim. Juno! Wait! Did something happen? Yukari, is something wrong? Well, it's a full moon tonight. You noticed it too, didn't you, Senpai? Jeez, I'm starting to feel like a workaholic. Oh no, did something? We don't know anything for sure. However, we can't find Aigis. Huh. Where would she have gone? I sensed a persona, but it quickly disappeared. And soon after that, I couldn't detect Aigis' presence. Could it have been Strega? Well, she hasn't sensed any of their members. But we can't be positive. I've confirmed Aigis' location. She's on the Moonlight Bridge. Alright, call the others. Let's see what's going on there. Aigis! I'm sorry. I... I... Remember everything. Who I am. Who he is. I know why I wanted to be by your side. I'm sorry. I failed. I'm... Sorry. There's no need for you to apologize. You? Ryoji-kun? Wait! What are you doing here? Why is this? What's going on? What's going on? It's all my fault. What... You did this? Akihiko, wait. He's not showing me signs of aggression. Tell us. Who are you? What are you? I'm the same as the beings you call shadows. You're a shadow? I'm the embodiment of all shadows. The Apprizer. Born from the union of the Twelve Arcana. The Apprizer? I remember everything now. The frightening truth about myself... And shadows... It's all so hard to believe. You know the truth about shadows? I do. What? The shadows are here to facilitate the rebirth of the maternal being. The maternal being will begin to awaken as she is drawn to me. The Apprizer. You? You're the Apprizer? That's right. What is this maternal being? She is a great entity. There is no comparable word in your language for her. Ten years ago, a man collected a great number of shadows and contained them in a laboratory. That's where I was born. But the unification was interrupted and I awoke in an incomplete state. Not long after, I fell to Aegis. As she did to me. Aegis? Is that true? Ryoji? She knew she could not defeat me. So in an act of desperation, she sealed me within a child who happened to be standing nearby. That child grew up, carrying me inside him. And by a twist of fate, he later returned here, as a transfer student. You mean? Alle blicken dich ungläubig an. Oh oh. Yes. I lived inside him. Ryoji war in dir? Inside him? His special persona awakened, as did the 12 shadows. All in order to become one with me. Ryoji? You're the survivor? And you're inside him? None of this makes sense. It's all my fault. I'm sorry. There's more I need. Ryoji-kun! Ryoji-kun! He appears to be exhausted. Let's let him rest. We have Aegis to attend to as well. We'll continue our talk later. He's awake now. Let's meet him tonight. on the 4th floor. Okay. Alright then. I'll see you later. Damn, Ryoji. Ryoji. Is everyone present? Are you okay, Ryoji-kun? Yeah, I'm okay. Thanks. Besides, there's more I have to tell you guys. Ryoji-kun. There are many questions we need answered. To begin with, you said shadows were here to facilitate the rebirth of the maternal being. Please elaborate on this. The maternal being is called Nyx. Who the hell's Nyx? Nyx is the mother of shadows. In ancient times, she bestowed death to this world. If she's awakened, darkness will once again cover the land and all life will vanish. All life will vanish? Are you saying, everyone will die? It would be more accurate to say that everyone will die will to live. Are you talking about the lost? The fall. But it's still possible to keep it from happening, right? What? There's no way to prevent it? I'm sorry. Wait, what are you apologizing for? Are you saying it's for certain? Yes. You heard the bell? Well, I'm the appraiser. The appraiser of death. My existence is the affirmation of the fall. The affirmation of the fall? When? When will it happen? I'm afraid you will not live to see spring. But that's not too far away. What are you guys freaking out about? All we have to do is defeat this Nyx. And that won't be a problem because we've never lost. Defeating Nyx is impossible. It has nothing to do with strength, ability or power. Just as all living things die. And the flow of time is continuous. Nyx cannot be defeated. What? That's bullshit. This is all so sudden. The other people can't be defeated. I was born from a collection of shadows. But now I have a human form. So I can talk with you. Laugh with you. Cry with you. All gifts I received because I was inside him. So I can give you a choice. A choice? Nyx's coming cannot be avoided. But it is possible to live in peace until she arrives. You'll have to kill me. If I were to disappear, all memories of the dark hour would disappear with me. As would any recollection of the fate that awaits you. You won't remember anything. The coming of the fall will be instantaneous. And you will not suffer. We'll forget everything? You'll be able to return to your normal lives. And in doing so, the time until the fall will be slightly delayed. In essence, I'm the same as Nyx and cannot be killed. But thanks to him, there's a part of me that's human. So if death comes from his hands, I think it may be possible. Joji blick dich an. If you don't kill me, you will suffer more than you could ever imagine. With no hope for salvation. You will live every day paralyzed by the fear of your impending death. And I... I don't want you to have to endure such pain. I don't want my memories to be erased. To forget everything would be like hiding from the truth. Would that really be such a bad thing? All that awaits you now is despair. You don't know the terror of absolute death. Please, don't make your decision without at least thinking about what I've said. Why is this happening? You have to decide right now. You have until December 31st, New Year's Eve. After that, I'll dissolve into the blackness of the dark hour and become intangible. Ryoji, I will disappear with the coming of Nyx anyway. So don't worry about me. I'll be back on New Year's Eve. Hey, Ryoji, wait! Ryoji's fort. Er ist verschwunden. Genau wie Faris. Ryoji, Kununa. Wir werden ihn wieder sehen. Auf New Year's Eve. Die Welt wird bald vergehen. Das Schicksal der Menschheit ist die Auslöschung. Vor dir liegt eine schwere Entscheidung. Der Tod ist monosreichlich. Der Künder wartet auf dich. Dir schwirrt der Kopf. Wie sollst du entscheiden, wie ihr sterben werdet? Ja. Das war ganz... Aber kurz die Frage. Wird jetzt eine neue Ebene von Tartarus freigeschaltet? Weil, wenn der heißt, ist es glaube ich die letzte... Mhm. Ich glaube es sind nur die letzten 50 Ebenen. Sorry, dass ich jetzt gerade so... Was ganz anderes glaube. I'm sorry. I'm sorry. Das war jetzt gerade voll der richtige Moment. Ist aber auch echt krass. Die Vorstellung, dass der Forrester... Ryoji war und Ryoji die ganze Zeit in einem war. Du bekommst Unterhaltung mit. Manche Leute behaupten, vor dem Abadie-Syndrom brauchte man keine Angst haben. Habe ich auch gehört. Dient der Beruhigung, oder? Ja, beruhigt mich zumindest. Meinst du das ist eine neue Religion? Was, nimmst du das immer ernst? Natürlich nicht. ... Uwe. Ah, du bist zurück. Entschuldige. War das letzte Nacht nur ein Traum oder so? Eher nicht, oder? Leider nicht. Da will ich rausgehen. Hast du schon das von Ryoji aus Klasse 2F gehört? Naja, was ist mit ihm passiert? Seine Eltern wurden schon wieder versetzt, deshalb kommt er nicht mehr. Deshalb habe ich ihn nicht mehr gesehen, ganz schön plötzlich. Das war's. Das hat mir schon mal das Event, ne? Das war's. 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 Das war's.